Hm. So, Energie. Das ist gut. Das ist gut. Ich kann immer Energie brauchen. Das ist die Stelle, wo ich gefailt habe. So, ich lasse mich jetzt an den Rand fahren, dann bringe ich nämlich auf. Okay. Okay, da oben bin ich hin. Da oben bin ich hin. So, Rush, wo bist du? Komm her, Hund! Leck meine... Nein. Äh, doch, leck meine. Ihr wisst schon was. Ich brauch's jetzt. Okay. Und hoch. Jawohl, jawohl, jawohl. Und hoch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Weiter. So. Schieß. Sehr gut. So, ich geh mal hier lang. Ich glaube, hier gab's eine Nagi-Tank, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und Blumen. Okay. Ach, ich werd nicht getroffen. Sag ich doch. Ich hab nicht... So, ich lasse mich jetzt fallen. Ich lasse mich jetzt fallen. Ich lasse mich fallen, weil ich mich... Aua! Ich hätte mich nicht fallen lassen sollen. Scheiße. Scheiße. So, ich bin jetzt hier. Hier hoch. Greife mir an die Nase. Nein! 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 Oh Gott, ich hab's über... Ich hab übersehen, wo die Dinger herkommen. So. So. Und hoch. Ja. 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 Und Humming-Messi. Und ich schieße die Humming-Messi ab, weil ich's kann nicht mehr. So. Ich kletter hier hoch. Und ich bin ganz ruhig. Ich bin Ruhe in Person. Und ich habe die Ruhe bei der Macht von Greyskull. Ich habe leere Synergie. So. Und... Und sie springen. Und ihr seid im Weg. So. Ihr seid nicht mehr im Weg, weil ich nicht gesprungen bin. So. Hier bin ich sicher. Hier bin ich sicher. Haha. Sag ich doch. Und hier ist der Gegner. Endgegner. So. Ich... Nein. Da war's. Ich nehme das Watershield. Ich glaube, es ist ein Watershield. Weil es ein Wassershield ist. So. Und ich werde damit den Gegner besiegen. Und zwar sowas von... Ich werde ihnen... Die Rohre verstopfen. Mit meinem dickflüssigen Wasser. Nein, 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 nein. Ding, 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 ding. So. Zack. 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 Oh mein Gott. Ich feile. Ich feile. Und zwar sowas von... Na. Aber ich habe ihn besiegt. Weil ich bin... Mega. Final Messenger 13. Sekretierst du... Angemonnen. Oder so ähnlich. Ich brauche Kaffee. Kaffee beruhigt die Seele. Sie zinkt mich dazu, aufgeregt zu sein, dieses Spiel zu spielen und immer weiter und immer weiter zu machen. Und alle Waffen zu bekommen. Und alle Gegner zu besiegen. Und in dem Fall Schwäche auch zu nutzen. Und dann alle Bots zu bekommen. Und dann im Shop einzig raufzugehen. Alle E-Things. Alle E-Things. Alle Waffen-Decks. Alle Waffen-Decks. Und dann noch alles andere, was ich kriegen kann. Und eine neue Frisur. Weil ich zur Friseur gehen muss. Und dann alle E-Things von hinten nehmen muss. Weil ich so gut geil bin. Und weil Roll im Krankenhaus liegt. Und ich sie nicht... Nein, ich glaube, ich weiß auch. Meine Schwester ist das bei Rencest. Und so weiter. Aber mein Vater, der... Der ist ja... Stay chillend. Okay. Ich habe Solaman besiegt. Und mit Solaman werde ich Chillman... angreifen. Und mir am Kopf kratzen. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Oh Gott, das ist schon halb sieben. Und dieses Spiel ist noch lang genug. Chillman. Moment. Chill, chill. Oh, es ist ein... Unentifizierte... Unentifizierte... Schneemann! Oh Gott, ein Schneemann, dessen Kopf in Teile zerspringt. Wenn das mal nicht gewalttätig ist. Oh Gott, ich muss Kaffee ausstufen. So, okay. Nein! Du hast mir in den Hinteren geschossen. Aua, aua. So, aua. Du hast mir in die Eier geschossen. Haben wir Roboter Eier? Können sich Roboter... Es ist... Ein Telefon. Klein... Hallo? Ja? Jo, ich komme. Moment, kam ich noch vielleicht ein paar Minuten Zeit? Alles klar, dann komme ich gleich, ja? Jo, ciao. Okay. Okay. Ich habe noch Zeit. Ich muss dieses Stage hier noch zu Ende kriegen. So, alles klar. Man... Wenn man hier drauf springt, dann zerplatzt das. Aber man hat ein bisschen Zeit. Dass man hier gut erkennen kann, dass diese Blöckchenrisse kriegen... Oh, runter, runter! Danke. So, ich will den Boot haben. Oh nein, ich habe eine Annalpenetration abgekriegt. Oh Gott. So, zack. Und... Oh, haha, und ich kriege Energie. Oh! Und jetzt habe ich Kopfschmerzen. Und zwar so richtig. Okay. Oh. Also diese Aufnahme wird dann beendet, wenn ich spätestens kein Leben mehr habe. Ich habe nämlich mehr viel Zeit. Ich muss jetzt gleich... ... etwas machen gehen. Und ich werde es euch nicht sagen, was ich machen gehen werde. Weil ich es machen gehe. Ich werde grillen. Oh, schon wieder. Um halb sieben. Nein, nicht um halb sieben, weil es dann später ist. Weil ich das hier noch gerade weiterspiele. Und... Aua. Ich gehe... ... wieso scheiße die Image? Oh! Oh! Oh, ja, man kann das Ding auch zerballern. Das glaube ich hier gerade. Zack, zack, zack. Und runter geht's. Und ich werde nicht auf die Stacheln fallen. Und ich werde hier runterfahren. Lang, lang, runterfallen. Und dann werde ich hier... ... die... Nein, 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 nein. Und... ... so. Zack, zack. Sehr schön. Oh, nein. Nein. Oh Gott, das ist halt Leben. Das werde ich mir holen. Oh. Nein, 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 nein. Okay, komme ich hier rüber. Oh. Oh. Oh, ja. Ich bin rübergekommen. Oh, ja. Ich bin rübergekommen. Nein. Scheiße. Scheiße, scheiße. Das hätte ich gebrochen können. Ach, egal. Wer Lebensenergie braucht, ist... ... eh ein schlechter Schwenker. Oh, 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 oh. Ah. Hm. Nein, nein, nein. Ja, ja, ja. So, ich gehe weiter. Ich springe einfach hier rüber. Ich habe nämlich mehr viel Zeit. Oh, Speedrun. Aua. So. Nein. Aua. Aua. Du verdammt weh, wenn du von unten kommst. Verdammt. Ich hätte da lange sollen. Hoffentlich gibt es jetzt keine vielen Energietanks, die ich brauchen könnte. Oh, nein. Moment. So. Blade. Geh weg. Zack. So, danke. Ah. So, Blade. Blade. Ja. Es gibt einen Kinofilm, der heißt so. Und es gibt einen Superhelden, der heißt so. Glaube ich. So, zack, 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 zack. So, zack. Du, 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 du. Okay, ich bin ein bisschen angespannt. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich muss mich beeilen. Nö, 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 nö. So. Nö, 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 nö. So, wunderbar. Es geht doch. Es geht doch. Es geht doch. Wir machen Progress. So, geh nach hinten. Danke. So. Danke für die Energie. Spock. Er ist tot. So, es ist ein Sprich. Oh. Stimmt doch. Danke. So. 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 Hochklettern. Hochklettern. Und Schneemänner. Und. Oh. Noch mehr Köpfe rollen. So. Oh nein. Es ist Vögelmeer. Oh. 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 Nein. Nein. Geh. Nein. 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 Noch leider. blöder Wichser. Höh. Höh. Und ich muss hier unten langlaufen und wieder dem scheinen Lieben Waffen-Tack vorbei. Hm. Hm. Nö. Nö, nö, nö. Oh Gott. Ich war jetzt so lange still. Verdammt. Ich habe irgendwas gedacht. Ja, ich kann irgendwas denken. Haha. Obwohl ich ein Mann bin, kann ich irgendwas denken. Stirb. So. Boh. Sehr schön. Sehr schön. Ich kaufe mir einfach alles. Was ich wieder brauche. Ah. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Oh Gott. So. Hier. Oh. Oh Gott. Hm. Hm. Okay. Töten. 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 Sehr schön. So. Schildi. Geh weg. So. Schildi töten. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Und jetzt geht's weiter. Mein Gott. Echt hat er so. Echt hat er so. Weg geht's. Auf der Flucht. Harrison Ford. In seiner. Verdammt. Das ist unfair. Nein. Das ist nicht. Aber ich tue so. Weg. Mit dir. So. Und dich werde ich jetzt umbringen. Und dir werde ich ausweichen. Danke. Und. Hm. Haha. So. Oh Gott. Vogeltot. Oh. Ja. Nein. 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 Und springen. Ja. Boah. Das ist ja. Oh. Ich lauf unter dir durch. Haha. Waddis. Uh. Und. Oh. Ah. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Stirb. Stirb. Und. Oh. Nein. Nein. Wow. Boah. War das knapp. Boah. War das knapp. So. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hoffentlich kriege ich ihn jetzt. Hoffentlich kriege ich ihn jetzt. Oh Gott. Chill, man. Chill to the bones. Freeze your heart. I'm the ice queen. Oh. Schnee Königin. Oh. Oh nein. Nein. Ich werde verlieren. Nein. Oh. 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 Oh nein. Nein. Oh. Oh. Ja. Auf den Kopf. Oh nein. 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 Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Ich hasse dich. Der sieht aus wie Mr. Freeze. Oder mit seinem Kristallkopf. Oh Gott. Ich habe noch eine Chance. Ich habe noch eine Chance. Eine Chance habe ich noch. Aber ich muss diese Chance nutzen. Weil ich diese Chance habe. Oh nein. Ich habe die falsche Waffe. Ich habe die falsche Waffe. Ja komm her. Komm her. Zeig es mir. Zeig mir deine Macht. So. 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 Zack. Und. Nein. Und. Oh nein. Nein. So. Ja. Und. Ja. Und. Nein. Und. Zeig es ihm. Oh nein. 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 Scheiße. Oh. Er verliert davon zwei Lebenspunkte. Ja. Ich kann es doch. Nein. 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 Oh mein Gott. Was mache ich hier? Schieß doch mal auf ihn drauf. Ja. 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 Okay. Beim nächsten Mal werde ich hier im Startbildschirm sein. Ich muss nämlich jetzt schnell weg. Das war eben der Anruf. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wieder.